Seid gegrüßt meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu der ersten Folge Creatinators. Diese Folge ist die erste einer Rubrik, die ich auf meinem Kanal zeigen möchte. Und zwar geht es darum, Sachen zu erstellen in Imaginators. Und zwar habe ich mir heute gedacht, wir bauen mal das Minecraft Skelett nach. Und dafür habe ich mir diesen Kristall ausgesucht. Und zwar den Kristall der Untoten. Gespenster Kreationskristall. Willkommen beim Kreationskristall, Portalmeister. Hier kannst du deinen eigenen Imaginator erschaffen. Ja, was passt denn gut? Genau. Es ist gar nicht so schwer auszuwählen, was ich da nehmen sollte beim Skelett von Minecraft. Weil wir wissen alle, dieses blöde Skelett hat einen fucking Bogen in der Hand. Trotzdem schaue ich mir nochmal die anderen Klassen an. Der Schmetterer. Dann haben wir noch den Ritter. Den Ninja. Panzerbrecher. Schnellschützen. Aua, eine schöne Klasse. Gefällt mir gut. Und Zauberer, Boxer und den Wächter. Jetzt haben wir noch denselben Rassler. Und da ist es der Bogenkämpfer. Wundert euch nicht, dass ich noch nicht so viele Items habe. Liegt daran, dass ich in meinem Let's Play auch noch nicht wirklich weit bin. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes kreieren soll. In dieser Rubrik Creationators. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn euch das Video gefällt, lasst doch eine positive Bewertung da. Vielen Dank. Ähm, jo, dann gucken wir mal rein. Bogenkämpfer-Image-Mators sind in der alten Kunst des Bogenschießens ausgebildet und besiegen Gegner über große Distanz. Ich bin sehr gespannt. Bist du bereit, einen Bogenkämpfer zu kreieren? Ja, bin ich bereit. Die Wahl einer Kampfklasse ist eine endgültige Entscheidung. Kreieren, Leute. So, da sind wir nun. Wir sind noch bei der Stufe 1. Das ist ein bisschen schade, aber so fangen wir alle an. Wir fangen mal mit dem Aussehen an. Was brauchen wir denn? Wir haben ein Skelett, also gucken wir uns mal den Körper an. Ich habe leider noch sehr, sehr wenige, ähm, ja, seht ihr, Gegenstände hier. Das muss ich nochmal alles rausfinden. Deswegen beginnen wir mit dem, was wir haben. Nee, den nehmen wir nicht. Da haben wir da schon mal einen Skelettkopf. Sehr gut. Sieht natürlich nicht so aus wie bei Minecraft, aber wir müssen ja irgendwo beginnen. Nee, den nehmen wir nicht. Wir nehmen schon den Skelettkopf. Ich habe keine Angst. So, die Augen. Es ist jetzt so, sehen die Augen aus. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die Figur angucke von Minecraft, sind das definitiv die Augen. Also da haben wir schon mal richtig gemacht. Ohren hat er keine. Der Skelett hat keine Ohren. Ich glaube, wir lassen es auch. Es gibt einfach keine. Brust. Okay, dann gucken wir mal. Die Brust ist einfach nur so ein Skelettkörper. Okay, haben wir ja schon hier. Wunderbar. Ja, ich denke, der Typ sieht auf jeden Fall sehr witzig aus am Ende. Mit so Skelett. Dann mal die Arme. Wo haben wir denn Skelettärmchen? Irgendwie gar keine. Was ist das denn? Das sind ja voll die Monsterarme. Die sehen ja ganz geil aus, aber die Arme hat er nicht. Wir haben keine Skelettarme. Äh, was? Haha, genau. Wir basteln eben so die Luftballonarme hin. Ja, scheiße. Ähm, leider habe ich die noch nicht. Da gehen wir mal mit. Was machen wir denn da? Was hatte ich denn hier gerade ausgewählt? Das sah ja gar nicht so scheiße aus. Die hier sehen gar nicht so schlecht aus. Aber da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das kann nicht die finale Form sein. Oder nehmen wir mal so ein bisschen Basics. Wir nehmen mal die Basic-Farbe. Einfach nur Haut. Beine. Haben wir da irgendwas Skelettiges? Oh cool, wir haben Hufe. Na okay, ich denke, ich... Ihr seht schon, ich drifte ein bisschen ab. Aber hier haben wir auch nichts Skelettiges. Verdammt, was soll ich denn da nehmen? Haha. Okay, weil hier nämlich... Mein Creatinator sieht auf jeden Fall witzig aus. Ich könnte aber auch sagen, was ich von der Idee halte, dieses Format Creatinator zu nennen. Ich finde es ja nicht ganz witzig. Ja, was nehme ich denn da für Hosen? Ich nehme so eine Ninja-Hose. Aber ich habe schon gehofft, dass wir... Oh, einen Schwanz. Nee, einen Schwanz hat er nicht. Okay, wir haben zumindest ein bisschen Skelettartig. Sehen wir schon mal aus als Waffe. Ganz klar, boge. Gott, ich habe noch gar nichts. Ausrüstung. Eigentlich gar keine, aber wir haben... Da ist sowieso nichts. Schulterschutz. Ich meine, hat der irgendwas? Nee, ne? Skelett bei Meinenschaft hat auch überhaupt nichts. Man hätte ihm theoretisch noch ein Schwert geben können, aber mehr als... Da ist nicht mehr drin. Also es gibt weder Armschienen noch irgendwas. Beinschutz hat er nicht. Wir haben sowieso in der Klasse hier ein bisschen verkackt. Was wir auf jeden Fall machen können, ist die Größe. Du kannst Größe und Form ändern. Den Kopf machen wir auf jeden Fall ein bisschen größer, bitte. Weil so sehen die Meinenschaft-Figuren immer aus. Sie haben immer so einen riesen Kopf, meine Meinung nach. Und der Körper ist so ein bisschen kleiner. Muskeln hat er auch nicht. Der ist recht dünn, würde ich sagen. Und Unterkörper. Ja, lange Beine hat er schon. Aber jetzt wird er so riesig. Kann man den Kopf? Der ist schon... Doch, das passt schon. Größe. Ich glaube, ich mache ihn einfach noch so ein bisschen größer. Ja, dünne Arme hat er auf jeden Fall. Wobei so ein bisschen... Ein... Ein... Na... Ein Mucki gebe ich ihm. Oberkörper war... Die Länge. Wie lange sind denn die Arme? Die gehen so bis zur Hüfte. Eigentlich gar nicht lang. Also er hat eigentlich einen Mini-Oberkörper. Aber jetzt passt natürlich auch der Unterkörper wenig dazu. Machen wir es mal so. Ich denke, das ist ganz okay. So, die Farben. Wähle ein allgemeines Farbschema. Um schnell das Aussehen... Du kannst sogar ein eigenes Farbschema erstellen. Das ist gut. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Weiß- und Grautöne. Mal gucken, was das hier ist. Ich weiß noch nicht, welche Farbe wird denn... Ah ja, hier. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier ein bisschen auf die dunklen Farben unter. Machen wir es ganz schwarz? Nein. Geht so ein bisschen in die Richtung. Welche Farbe war das denn hier? Ah, das ist die Rüstung. Okay, die Rüstung würde ich aber auch gerne ein bisschen gräulich machen. Geht auf jeden Fall in die Richtung. Ist meiner Meinung nach schon mal gar nicht verkehrt. Ich persönlich feiere das Ding, wie gesagt. Also, was ist das hier? Augen. Ach, die Augenfarbe. Müssen wir euch auch schwarz nehmen. Aber gut, dann sieht man gar nichts mehr. Ja, ist halt... Ist ein bisschen arg düster. Aber eigentlich sind das diese Schlitzaugen. Also er hat Schlitzaugen jetzt. Nicht, was ihr wieder denkt. Ähm, raus hier. Was sind Teilschemas? Indem du die Farbe der einzelnen Teile änderst, kannst du fantastisch... Okay, brauchen wir aber nicht in dem Moment. Und eine Aura. Mit einer Aura verleihst du deinem Imaginator einen einzigartigen Stil. Nee, brauchen wir nicht. Skelett hat keine Aura drauf geschissen. So, was haben wir denn hier? Kräfte, Leute. Jeder Imaginator hat eine Waffenkraft, eine Elementarkraft, eine Geheimtechnik und eine Seelensteinkraft. Ja. Leider habe ich die Geheimtechnik noch nicht und den Hagelsturm habe ich noch nicht freigeschalten, so wie es aussieht. Finde den Seelenstein, der zur Kampfklasse deines Imaginators passt. Ja, muss ich nur machen. Das heißt, wir müssen im Let's Play noch ein bisschen weiter zocken. Das ist auch eine Sache, die mir persönlich gut gefällt. Vielen Dank erstmal an die Leute oder an die Zuschauer, die hier draußen mein Let's Play gucken. Das ist was sehr außergewöhnliches, weil ich ein recht GTA-lastigen Kanal habe. Und vielen Dank nochmal, dass ihr mich da auch so unterstützt. Wir haben so zwischen 500 bis 600 Views. Das ist eigentlich für einen Kanal mit fast 55.000 Ambulenten nichts. Aber trotzdem, ich mache das gerne, mir macht das Let's Play einfach Spaß. Schaut doch mal rein, vielleicht, wenn ihr hier Interesse habt, auch mal das Let's Play anzugucken. Da bin ich nämlich auch auf eure Hilfe angewiesen und würde mich natürlich freuen. So, normalerweise würde ich sagen, wir machen, wenn der Creator, also wenn der Creatinator fertig ist, werde ich jetzt euch den Code sozusagen schicken im Video über die Audi-Signale, dass ihr den euch speichern könnt. Dadurch, dass es das erste Video ist, machen wir das erstmal noch nicht. Das machen wir beim nächsten Mal und vielleicht kommen wir hier mal ein bisschen weiter. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, wir werden hier mit diesem Creatinator in die Arena gehen und ein bisschen leveln. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es sich damit kämpfen lässt. So. Wir haben eine Kiste bekommen, sehr gut. Die checken wir gleich mal aus. Häufige Gegenstände. Yay, interessant, sehr gut. Ja, den Kopf werden wir jetzt nicht ausrüsten, danke dafür. Wir gehen mal in die Arena. Hey, schön dich zu sehen, Skyländer. Wie mir scheint, bist du hier, um es richtig krachen zu lassen. Gut so. Gut, ich bin bereit und dann versuchen wir mit dem Bogenschütz unser Glück. Ich habe nämlich mit dem Bogenschütz noch nie gespielt. Okay, steigen wir einfach gleich ein, ja? Auf geht's. Was haben wir denn? Okay, Fernkampf. Ah, nice. Oh, wow. Okay. Ah, das ist nice. Das sieht ja witzig aus. Das ist so eine Mauer hier und dann fällt es um, oder was ist, was zur Hölle? Also ich muss es wissen, wie krass, was passiert wird da mit diesem Grabstein? Ganz ehrlich, Brackeligai, ich finde das ziemlich cool. Und ich sage das nicht nur, war nicht chill, wenn es immer cool sagt. Nein, falsche Richtung, falsche Richtung, nicht da hin. Sehr gut. Ist halt ein geiler Stanz, ne? Ja, das macht er wirklich gut mit diesem Grabstein. Das ist mal der, ja, nice. Einfach nur draufhauen. Ich habe die Zeit hier geholt. Warum schießt ihr der auf mich? Ja, wir haben Stufenaufstieg, Leute. Sehr nice. Wenn ihr das cool findet, lasst doch bitte ein Like, da wird mich sehr freuen. Au, 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 au. Komm hier, haut mal ab, ihr Genome, oder was auch immer. Ey, Feuer, scheiße, hau ab. Mit Feuer spielt mir nicht, aber. Yes. Und mehr Grabsteine, Leute. Grabsteine versorgt. Ah, das war nicht gut, die Grabsteine. Wer mit den Punkten. Und schon ist er weg. Neuer Stufenaufstieg, Leute, nice. Au, 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 au. Ah, komm, Wegabsteine. Sehr gut, immer schön umfallen da hinten. Au, großer. Es ist natürlich sehr schön, dass ich die einfach so runterschmeißen und runterhauen kann hier mit dem feinen Bogen. Ist schon echt cool. Au, nicht so nah ran. Ja, geht schon. Oh, was hast du denn für ein Ding hier? Wer hat er mit seinem Hammer, ne? Bravos, gerne. Bravos, gerne, bravos. Aber wie schlagt ihr euch in der Blitzrunde? Eigentlich gibt es sowas wie eine Blitzrunde gar nicht, aber der nächste Kampf wird bestimmt trotzdem cool. Diese Kommentatoren von der Arena sind auch sehr heiß. Hat ein bisschen was von Borderlands. So, wieder Doppelpenetration hier mit meinem Bogen. Die Hammer-Tussen da. Oder Typen, haben keine Chance gegen mich. Die wissen gar nicht, was wir wollen, nicht? Raus ist der Rayla. Ich musste jetzt einfach den Skylander bejubeln, der gerade aufgestiegen ist, mit einem Booyah. Feuer, ich hatte Feuer. Hau ab mit Feuer, hau ab mit Feuer. Sieg, Leute. Wir haben's gerockt. Wir haben's einfach mal gerockt. Good job, Ralf. Danke, Leute. Danke, Leute. Und war richtig beeindruckt. Gut, dass du damit aufgehört hast. Denn das Lachen und Weinen war irgendwie ein bisschen unheimlich. Trotzdem ein toller Sieg für die Skylander. Danke, Brokkoli-Mann. Skylander, das war einfach großartig. Und ich meine das im positiven Sinn. Wobei, gibt es überhaupt einen negativen Sinn? Ach, egal. Das war auf jeden Fall gut. Dankeschön. Und hier ist eine Belohnung für die harte Arbeit. Nice. Rein mit der Kiste, Leute. Selten. Oh, ich bin sehr gespannt. Und was wird drin sein? Neuer Beinschutz. Oh, yes. Leider hätte ich... Oh, oh, oh. Unser Set ist vollständig. Yay. Ein epischer Rucksack. Fucking awesome. Dankeschön. So, Leute. Dann gehen wir mal zurück. Und irgendwie... Habe ich jetzt neue Ohren dazu bekommen. Ja, Bleistift, Spitzer, Ohren, Beine. Wir brauchen auf jeden Fall neue Beine für unser Skelett. Und wir brauchen... Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch noch andere Arme. Also, Leute. Das war es erst mal von diesem Video. Ich werde jetzt noch ein bisschen leveln unseren Kollegen. Ähm, würde mich bedanken. Aber wobei ich... Bevor ich jetzt gleich gehe... Warte mal, Persönlichkeit, Name. Gib deinem Imaginator einen Namen. Wir nennen einfach Skeleton, oder? Erst mal... Ah, erst mal ja. Geschwänster, nächster Bogenkämpfer. Und zwar sage ich hier... Skeleton... S-K-E-L-E-T-O-N. Das kriegen wir noch hin, die paar Buchstaben. Speichern. Sagen, fertig. Ja, vielleicht hören wir es noch ein bisschen... Ich mag aber eigentlich seine Sprache, muss ich sagen. Beharrlichkeit, Tapferkeit und... Beharr... Beharrlichkeit. 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 Okay, ich glaube, passt. Das passt ganz gut. Irgendwie stechen wir die Skelette von Mannschaften mich genauso vor, als hätten die überhaupt nicht viel dem Schäden und da passt die Stimme wirklich sehr gut. Gut, ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir werden hoffentlich bald neue Setgegenstände bekommen, dass wir dem Skelett auch ein paar Beine geben können. Wenn ihr Ideen habt für neue Charakter-Creation, sagt es mir bitte und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie komme ich denn an neue Set-Teile ran. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte... Vielleicht muss ich das Let's Play einfach weiterspielen, noch ein paar Stunden und aufnehmen und damit ich hier genügend Gegenstände habe. Und ja, würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Es wird jetzt so aussehen, wir werden am Wochenende auf jeden Fall immer Creatinators spielen und unter der Woche wird das Let's Play kommen. Wenn ihr sagt, Mensch, Reif, das Let's Play kannst du auch alle zwei Tage bringen, mach mal mehr Creatinators, dann bitte eure Vorschläge in die Kommentare und denkt daran, dieses Let's Play oder diese Videos gestalte ich mit euch zusammen. Das heißt, wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare und ich werde eure Wünsche berücksichtigen und werde das Let's Play so gestalten oder das Video, wie ihr das haben möchtet. Danke, dass ihr dir bei wart. Ich freue mich riesig. Ich mag dieses Spiel sehr und es wird auch bald wieder ein Gewinnspiel geben zu Weihnachten für Creatinators. Danke fürs Reingucken. Ich bin draußen. Macht's gut. Peace out, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.